Ich bin diesmal noch nicht gestorben. Weil ich auch da bin. So, ich kann hier übrigens... Oh, der Reihe nach. Reise aufsammeln, Dropmeister an den Würfel werfen. Mal gucken. Ich kenne die alle noch nicht. Kann es sein, dass ich rausgeflogen bin? Ich habe gerade nämlich eine... Nö, also noch stehst du hier, aber es kann sein, dass du gleich fliegst, wenn eventuell... Wir bleiben mal hier kurz. Wir bleiben mal hier kurz, weil sonst lockt sie ein und begrüßt den Zombie-König, der gleich wieder zworn ist. Das wäre ja doof. So. Ich habe jetzt gerade einen Black Screen und das gefällt mir gerade nicht. So, was magst du an Black Screen? Meine Schriftrollen, Babs. Meine Schriftrollen. Ich dachte, du magst das, wenn ich auf dem Screen bin. Hat eine Weile gedauert, aber er kam. Er hat gezündet. Oh Mann, ich werde verfolgt, verdammt. Aha. So. Blub. Mal mit draufhauen hier. Ja, komm. So. Gut. Lili muss restarten. Ähm, zählt nix. Das heißt natürlich, die... Ähm, das ist ja schlimm. Myti muss tanken, wenn der wiederkommt. Myti ist... Beziehungsweise Kumi kann es ja auch... Kuro kann es ja auch, genau. Ähm, äh, ja, wir hören die. Ich habe einen anderen schon gehört. Oh mein Gott, Zombie-König-Quest mag ich gar nicht. Ja, aber die machen wir ja gar nicht. Wir machen ja nicht die Zombie-König-Quest. Wir machen nur den Zombie-König. Oh, Bibi. So, ich könnte eigentlich mal hier, so. Äh, ich war doch sicher nicht weiter. Bitteschön. Ich habe nur meine Schriftrollen da wieder erneuert. Achso. Äh, ja. Ähm, äh, stimmt. Robo könnten wir auch machen. Ja, aber ich komme ja noch nicht in Robo rein. Sonst hätte ich kein Problem mit Robo. Das heißt, es müssen erstmal alle 33 werden, dann dürfte es gehen. Dauert ja nicht lange. Jo. Und dann muss Kumi natürlich rechtzeitig losgehen. Auch klar. Also, jetzt machen wir das im nächsten Stream. Wo wieder vier Leute zugucken und alle anderen einfach mitmachen. Finde ich geil. Finde ich gut. So. Also, es ist mal eine größere Kette. Eben, also es macht, es macht Spaß. Es war auf jeden Fall Chaos. Kann man nicht anders sagen. Oh, ich werde verhauen, ich werde verhauen. Geh weg. Ja, tötet Blackmachs. Ich muss hier mal kurz laufen. Ah, tschüss, Blackmachs. Ich kite, ich scheiße nicht. So, ich pupse höchstens. Wann geht's los? Schreibt Tobi Faust. Was meint er denn? Äh, 55 soll in die kommen. Achso, da komme ich ja nicht rein. Alle, die Interesse haben, zur 105er in die kommen. Was haben sie denn vor? Äh, letzte Runde. Leibhorns, willkommen. Äh, ahnung. Keine Ahnung. Weiß nicht. Irgendwas, was eh ganz außerhalb unseres Zielbereiches ist. Oh, Schleimgelet. Nehme ich mit. Oh. Kann ich dann vor... Wo ist er? Wo ist er? Hier. Nein. So. Auf den Weg. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. So, sehr schön. So, okay. Das hier hin. So. Jetzt musst du aus dem Schleim ausrutschen. Hahaha. Ne, ich rutsche nicht aus. Doch. Wohl, du musst. Ich gehe weg. Du bist voll fies. Gemein. Gemein, genau. Ne, warte mal. Ey, ich kann ja gar nicht ausrutschen. So, wie lange braucht der Typ zum Respawnen? Hätte ich nicht gedacht. Guck mal. Hier ist noch ein... Äh. Äh? Ja. Hier hat noch ein Schleimgelet. Äh. Wöööö. So. War grad glatt. So. Ähm. Ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Wer ist das da im Hintergrund? Kennst du den? Hallo? Da hinten. Was? Der Typ da hinten. Da. Der, der, der da. Kennst du den? Ja, das ist der Heino. Kann man... Hei... Nee. Ja, obwohl... Man hat ja noch nie unter seine Brille gesehen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin im Ladebildschirm. Ja, Wibi. Äh, gleich Wibi. Äh. Äh. Der Turner. Äh. BG Wibi. Bist gleich Wibi. Ne, genau. So. Kommt man hier irgendwo rein? Das wäre ja mal lustig. Opfer Turner. Nee, geht nicht. Schade. Äh, Black ärger doch Mythengamer wie in den letzten Stream, äh, als ich noch mit dabei war. Letztes Jahr. Ich ärger Beauty immer. Keine Sorge. Ich, ja, mach mich noch. Waren. Dann wird das schon... So. Ne, 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 nicht. Genau. Ich weiß nur noch mal eben. Vielleicht geht das nicht mehr. So. Bald ärgere ich dich. Wer möchte was eben? Nix, nix. Nee, äh, irgendjemand hat noch was eben jetzt möchte, äh, äh, ja. Und so. Ich hab grad, äh, laut gedacht wegen den Einstellungen noch mal. Ach so. So, jetzt geht's wieder. Perfekt. Gut, dann, äh, dadurch, dass der Typ nicht wiederkommt, gehen wir einfach weiter. Der kommt dann bestimmt danach wieder und, äh, suchen wir uns den nächsten. Boah, ist das ein Wind hier drin. Das war ich nicht. So viel gepupst hab ich nicht. Doch. Gar nicht. Hashtag BlackRuty. Ja, genau. Was, gar... Gar nicht. Höhöhöhöhöhöhöh. Oh, guck mal, da sind ganz viele Mobs. Ich renn da jetzt einfach mal rein. Einfach mal, um den Clary willkommen zu heißen. So. So, kommt alle auf mich? Und ich renn auch mit rein, weil ich... Die hauen mich, die hauen mich. Ha, voll cool. Mich, 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 Black, mich ignorieren die und die hauen mich nicht. Oh, die fallen viel zu schnell. Und ich kann die einfach, ich kann die einfach wegklatschen. Das ist sie, hier ist. Du sollst die nicht wegklatschen. Ich wollte doch mal, ich wollte doch mal Linie stressen. Sehr nett. Mir wird irgendwie nie angezeigt, wenn ich... Das ist ein Belastungstest für Claries, da muss jeder durch. Ja, zum Glück bin ich keiner. Hier, hier einmal nach unten durch die Pfütze. Genau, da wollten wir lang. Mal durch die Pfütze. Ja, ab in... Ey, hier gibt's Eisen... Hier gibt's Eisenerz. Silbererz. So. Eisenerz. Yeah, geschafft! Ich hab grad einen Bug gehabt. Ja, 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 red dich ruhig raus. Nee, nee, ist gerade wirklich so. Ich hab nämlich nebenbei hier ein bisschen Probleme mit der Gruppe. Ach so. Ah. Oh, ja. Seh ich. Na gut, jetzt hab ich auch keinen Buff mehr drauf. Das heißt, jetzt wird's umso schwieriger. Oh, jetzt werd ich auch geklatscht. Oh, jetzt seh ich nichts mehr. Ich glaub, ich bin da eigentlich... ...dass ich witzeln kann. Äh, ja, ja, immer mit Ruhe. Oh, möchtest du würfeln? Goldring der Sonne. Ist der gut? Ja. Ja. Blacky, warum hast du den bekommen? Der hat als 1,87 gewürft. Mann! Weil, äh, weil ich, äh, Imba bin. Hab ich den überhaupt bekommen? Was, bist du Pimba? Oh, nee, ich hab den nicht bekommen, weil das, äh, im Detach voll ist. Verdammt, schnell nochmal! Nein, nicht! Komm, ich will den wieder haben. So. Ach, Mist. Und, wer hat gewonnen? Ich nicht. Oh, verdammt. Ähm, ich schläg gleich mal ein paar Rollen auf, damit's etwas besser wird. Wir, äh, wie gesagt, ich hab jetzt keinen Buff mehr. Ich darf jetzt nicht mehr so, äh, mit, äh, Dings draufhauen. Also, dafür kannst du nix. Ohne Buff bin ich un, unheilbar, wenn, wenn alle auf mich draufhauen. So. Okay, dann hau ich auch auf dich drauf. Also, wie gesagt, der Bug, den ich gerade hab, du wirst mir beispielsweise als Fragezeichen angezeigt, Black, äh, Sunny mal da, mal gar nicht da. Weil man gehört, du musst was wegwerfen. So, besser? Ich hoffe, das sollte jetzt besser sein. Gut, wenn nicht. Ansonsten müssen wir den ganzen Sch... Ja, schon wieder. Schon wieder. So, warte mal, wenn der Tower hat, machen wir mal, testen wir mal, ob das hier funktioniert. So, ansonsten musst du wirklich mal aus der Gruppe raus. Das zählt dann nix. Danke. So, ich hab mal die Claris getauscht. Geht's jetzt besser, bei beiden? Black, ich hab was. Das sollte jetzt hoffentlich. Black, ich hab jetzt noch ne Ring der Sonne. Was hast du? Ja, immer die, die sie nicht verdienen, voll fies. Das ist ein Kriegerring. Ja, weißt du. Genau, so, ich schau mal den anderen Spittel raus, den ich hier eingesammelt hab. Boah, dann kann ich leider erst ab Level 37 benutzen. Braucht noch jemand ne Axt? Ähm, nö. Obwohl, ich nehm gerne eine. Warte mal, ich brauch ne Axt vielleicht. Na, dann nehm ich sie auf jeden Fall, weil, äh, weil es bringt ja nix, wenn Mythi die hat. Am Ende wird er noch gut. Ey. Wo ist die Axt? Ich hab sie nicht. Musst du mal gucken. So, ich kämpf mich mal. Er hat die Axt angeboten. Mach mich mal langsam voran. Dann bleh ich die gleich im Inventar. Ah, jetzt hab ich die Axt. Cool. Jetzt bin ich der, voll der Krieger-Mage. Yay. Gib die her. Nein. Na warte, ich schmeiß, ich schmeiß sie hier auf den Boden. Mal schauen, vielleicht bekommst du sie ja. Wenn die anderen nicht schneller sind. Seht sie ja nicht. Wo bist du überhaupt? Oh, Gegenstand zerstören. Oh wei. Nein. Ne, hier liegt sie. Jemand anders hat sie gesammelt. Ich war es nicht. Ja, genau. Ich wette es dir im Nachgucken. Oh Mann. Das kannst du auch rechts stehen. Da steht das auch. Ja. Weil wir in der Expeditionsgruppe sind. Ja, eben. Du hast meine dran gehalten. Äh, ja, Sunny, hau mal. Mach mal. Ich pup es auch mal, komm. Du hast eine Krieg-Axis-Donners, die wir hier auch haben. Ich hab keine. Doch, das steht da. Wieso? Ich hab die doch nicht wieder aufgesammelt. Oder? Doch, warum hab ich die wieder aufgesammelt? Ich sehe die nicht. Hab ich ein Sammelpad an? Der Fino vielleicht. Der ist ja eigentlich kein Sammelpad, dachte ich. Ein Sammelpad. Na Gott. Wo bist denn du, Myty? Myty. Myty. Da ist er. Myty. So, hopp. So, Handel, seine Frage senden. Dann kommt ihm das Teil hier. Möchtest du, mich gibt dir noch. Ich will auch noch was. Geben. Oh ja, cool. Danke. Bitte. Zwei geben. Nicht schlecht. Bö. So. Na, Axt. Okay. Wo dich sogar. Wird Zeit, dass wir den nächsten Boss finden hier. Und nicht dumm rumstumpeln. Danke. Bitteschön. Hab ich doch gern gemacht. So, hier unten geht's lang. Hier unten. Okay. Die Axt macht ein bisschen weniger Schaden, aber die macht mehr Ausdauer hoch. Wie du möchtest. Ich bin lieber die Axt zu raus. Ähm. Gehst du mal tot hier? Achso, kein Mann mehr. Hier ist ein Goldring. Ja, kommt da. Hilfe. Voll wieder. Hilfe. Ich bin doch schwach. Ich bin doch voll schwach. So, Lebenstrank. Nehme ich mit. Handel akzeptieren, was du jetzt schon wieder. So. Äh. Achso, Goldring des Wissens. Handel abgebrochen. Mist. So. Äh, was war's denn für einer? Elika? 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 Das ist ein Int plus 9 und ein Straum plus 3. Achso. Äh. Int plus 9? Oh, den nehme ich gern. So. Ich hab Ausdauer plus. Warte, was plus 9? Int plus 9. Intelligenz. Okay. Könnte man Mutti ausgeben, aber. Ich brauch. Wo seid ihr jetzt alle? Wo, 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 wo. Hier, hier ist hoch. Hier, hier hoch. Ich brauch Ausdauer und Stärke. Aber Ausdauer nämlich immer. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Mutti bleibt in meiner Nähe. Was ist denn hier heute los? Äh. Dafür ist Sunny derjenige, der erstmal auf, äh. Leck, ich versuch mich heute, äh, versuch heute nicht wegzulaufen. Heute mal. Außerdem klatsche ich heute mit einem Monster. Außerdem bin ich heute noch nicht mal gestopft. Ja. Alle hierher zu mir. Und ich renn wieder rein. Sammelruf. Niemand hat, oh niemand, Glückwunsch niemand. Der hat die Plätze 1, 2 und 3 bekommen. Glückwunsch niemand. Den kenn ich noch. Das gilt sogar. Aber ich dachte, der wär noch auf Teil, äh TV. Was? Wo bist du gerade? Du hast mir irgendwie gerade viel zu viel Leben verloren. Oh, ich, und ich hab keinen Mahname mehr. Äh. Aha. Lach Black aus. Skilly ist hier bei mir. Ja, der tankt hier die Mütze. Dann bin ich hier mit Hikumi alleine. Oh. Und mit Sunny. So, deswegen schreib ich ja hierher. Ich bin hier bei Black. So. Das, äh, Leute. Sind unterwegs. Das binne. Erstmal gebucht. Äh, wollen wir hier vorher nicht schon mal? Wir laufen zum Anfang zurück. Ah, okay. So. Okay. So. Wir laufen zum Anfang zurück? Ja. Dann, warum laufen wir zum Anfang zurück? Mensch. Wer gibt denn hier den schon wieder den Scheiß? Weil du sagst, dass es nicht lang geht. Ja. Ihr gebt schon wieder so einen Scheiß, äh, Scheiß Tempo voll hier lang. So, komm, wir gehen wieder zurück. Wir, ich hab das nur gemacht, damit wir uns sammeln. Mehr wollte ich doch gar nicht machen. Ja, 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 ja. Ich schwör's. Ich schwör's. Ich hab, ich hab überhaupt nicht auf die Karte geguckt. Äh, ich mein, äh, ich hab das überhaupt alles geplant, so. So. Wir gehen jetzt hier mitten durch, statt nur vorbei. Welchen hatten wir denn? Segal. Komm, wir laufen. Black. Black, lass gleich in der VIP-Zone, dann hau ich dich. Nix da. So, wie sie alle angeahnt kommen, so. Lalalalalala. Ich bin, ich bin jetzt weggeblüht. Oh, da ist ein Boss. Ich hab ein Boss gefunden. Ich habe einen Boss gefunden. Und er trägt einen süßen Namen. Black Mars runterfeuert dich gleich. Und irgendwer rennt gleich rein. Ach du, ist ja, ähm, genau. Kuro ist eh schon ein bisschen Level ab, ich hör. Da passt das. Die kann das. Black Mars, und du weißt gleich, vom Boss gefeuert. Nein, der feuert mich nicht. Doch. Nein. Mein Wahlspruch auf Arbeit war's schon immer. Ich will kein Boss sein. Mir reicht's, wenn mein Boss macht, was ich sage. Und das ist der Fall. Immer. Oh, Fellhemd der Sonne. Brauch ich nicht. Meins. Cool, dass man das hier auch aufwürfen, cool, dass man das hier auch aufwürfen und stellen konnte. Finde ich geil. Finde ich gut gemacht. Das ist wirklich praktisch. Ja, Hose der Macht. Brauch ich das am meisten. Der Hufo. Wer hat die Hose bekommen? Der Hose der Macht. Ähm. Ich muss das, glaube ich, für alles einstellen. Ich muss da mal, ich muss da mal. Ich will auch. Mhm. War da vorher ein Fellhemd, der Sonnenfenstern ist. Weiß, was brauche ich. Keine Ahnung, wie das mit der Verteilung so richtig geht, aber es wird schon durchnauern. Weil das Sethemd, äh, gab's ja keinen Würfel für. Oh. Plupp. Dankeschön. Wie kann man das mit Würfeln machen? Äh, über die Expeditionsgruppe und, beziehungsweise, es geht, glaube ich, auch in der normalen Gruppe, dass man das einstellt. Ich weiß es nicht. Ich hab's ja noch nicht probiert. Bin ja nicht so oft in Gruppe unterwegs. Ähm. Das wird jetzt auch, äh, wie in Iron mit den Items, mit den Würfeln. Ja, ist ja, im Prinzip ist das bei vielen Spielen schon drin. Auch bei, zum Beispiel, Star Wars. Und bei, äh, bei den meisten Spielen gerade, wo du, wo du die Mobs, äh, die Mobs selber lootest. Äh, und nicht das Zeug, wie hier, äh, auf dem Boden getropst wird. Ich hab ein...